So, Krach-Boom-Enter zugeschlagen. Kopfschuss mit Explosionseffekt. So. Das ist... Why? Warum ist das kaputt? Warum bin ich jetzt hier? Warum bin ich hier nicht mehr raus? Ähm. Ach so. Darüber. Alles klar. So, machen wir das noch kaputt. Ach so, das geht plötzlich nicht mehr kaputt. Ja, Cadoc schaut sich schon mal die Umgebung weiter an. Soll er ruhig machen. Ich schaue mich hier oben noch weiter um. Vielleicht... Ah ja, da hinten haben die noch was Blaues. Das ist schön. Und... Noch eine... Upsa... Lalalala... Cadoc! Springt runter. Auch gut. Dann tue ich es ihm gleich. Oh, und begehe einen Fehler. Was seid ihr für Viecher? Cadoc, macht einen komischen Schwebezauber, bitte. Das wäre jetzt echt cool. Ah, und der Lala hat so ein schlechtes Schwert. Das war's mit euch. Cadoc ist ein bisschen... ...hitziger Natur? ...hitziger Natur? Guten Morgen. Äh, nein, ich gehe erst mal nicht hin. Ich hätte erst mal den anderen Weg gehen sollen. Egal, scheiße. Hm, naja, jetzt muss ich ja hier lang. Somebody please help me. Oh, what? Der kann die spawnen? Oh, shit. So, weg mit dir. Hier ist mir auch für Nerven. Na, wo bist du? Weg mit dir. Weg. Niemand will dich haben. Nicht mal deinen eigenen Meister. Und das war's mit dir. So. Auch wieder Mana erhalten. Und der Turm stürzt ein. Oh, nein, was kommt da? Och, nö. Nö. Jetzt kommen die schon als normale Gegner wieder. Oh, shit. Ich hab dich vermisst. Ja, und du musst dich erst mal rächen. So. Ähm, wo? Nein, 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 nein. Lass mich zu Ruhe. Lass mich zu Ruhe. Schuss Tsiikowski. Du bist ein bisschen gefährlich. Schuss Tsiikowski. Boah. Allen aus... Allen Angriffen auszuweichen ist ein bisschen schwierig. Schuss Tsiikowski. Schuss Tsiikowski. Warum bist du so OP? Overpowered Bitch. Was? Oh, hinter mir. Nein. Steckt dein dumm Stab in den Boden? Danke. Boah, ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Du kannst mich nicht leiden. So. Yes. Lass mich in Ruhe. Meine Güte. Wow, die hat echt was gegen andere Frauen. Yay, ausreichend. Verdammt. Das wird etwas schwierig. Sie hat ihren Stab wieder. Wo ist die? Ach, dort hinten. Boah. Was für ein Stress das immer ist, jetzt hier. Das bringt nichts, Kedok, aber danke, dass du es versuchst. Schön ablenken. Passier doch einfach mal Schaden. Oh Gott, wie viel hält die aus? Das typische Beispiel von weniger Rüstung. Weniger Kleidung, mehr Rüstung. Wow. Wo, da. Wo, da. Bleib stehen. No, ey. Immer wieder weg, teleportieren. Nervig, bitch. Bleib stehen. Wo, 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 danke. Oh, ich hab gleich keine Magie mehr. Autsch. Autsch. Aua, wow. Ich hab immer das Gefühl, dass... ...die mich doch trifft mit ihrem blöden Angriff. Aber jetzt erstmal... ...mit Magie etwas aufladen. Na, wirst du. Wow, 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 wow. Was für ne Furie. Das ist ja unglaublich. Aber ich hab dich doch. What the... Das war ein erfolgreicher letzter Schlag, Kedok. Ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Somebody please help me. Ja, jetzt hab ich Zeit. Ja, du willst keine Hilfe. Ich seh's. So, irgendwer anders braucht aber Hilfe. Oh, das ist der Drache. Das seh ich jetzt erst. Dem hat's nicht so gut ergangen. Naja, soll nicht mein Problem sein. Es ist besser, wenn der da liegt, als wenn ich noch gegen ihn kämpfen müsste. Okay. Ich hab dich gehört, Kollege, aber wo bist... Ja, okay, da bist du. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich will dir mein Leben. Wir müssen noch acht retten, aber... ...zumindest einen haben wir durch einen Bug nicht mehr retten können, wenn ihr euch noch dran erinnert. Ähm, Medium, nein. Interessiert keine Sau. Braucht niemand. Hier ist auch nichts mehr zu sehen. Gut, dann drücken wir einmal auf Z. Na? Was ist denn jetzt los? Z! Z, 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 Z! Fürzeige den Weg! Es gibt kein Weg. Das ist ja auch mal interessant. Wahrscheinlich dieses kleine Türchen hier. Okay. So. Ich würde aber jetzt sagen, ich hab jetzt, glaube ich, wieder mal zwei Stunden am Stück aufgenommen. Und weil hier gerade auch wieder gespeichert wurde, werde ich hier auch einen Cut machen. Das heißt, wir werden uns dann am nächsten Mal wieder hier treffen. Und was heißt, wieder am nächsten Mal für euch ist es wie immer die nächste Folge. Dann sage ich jetzt, wie eine der wenigen Male, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hunted. Wir sind auf dem Weg, weiterzukommen. Wir sind im vorletzten Kapitel. Und mal schauen, ob wir später, früher oder später, doch noch gegen einen Drachen kämpfen dürfen. Weniger Rüstung, heißt mehr Kleidung und mehr Kleidung, weniger Rüstung und weniger Kleidung heißt mehr Rüstung. Behalt das im Hinterkopf. Bis zum nächsten Mal.